Hallo liebe Freunde, hier ist Marco. Und Stefan. Marco von Güssigar. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit Ihnen wieder am 16. bis 18. Dezember eine tolle Weihnachtsflussfahrt machen darf. Wo gehen wir hin, lieber Marco? Wir sind zusammen unterwegs mit allen Fans von Stefan Roos. Und zwar gehen wir am ersten Tag auf Frankfurt mit den modernen Güssigars. Dort haben wir Aufenthalte am Weihnachtsmarkt und gegen Abend beziehen wir unsere Kabine. Und der Leitschef schon los. Und zwar Richtung Köln. Richtig Köln. Und dabei sind natürlich auch Musikkollegen die Ringos. Die sorgen für Stimmung und Unterhaltung. Wir machen dann einen Frühschoppen mit Weisswurst. Und wir gehen weiter zum Weihnachtsmarkt Köln. Und dann noch auf den schönsten und ältesten Weihnachtsmarkt in Deutschland, nämlich auf Speyergerner. Wunderschöne Altstadt, tolle Weihnachtsmärkte und natürlich der Dom, wo ein Begriff ist in Speyer. Ich hoffe, es kommen sehr viele mit auf Schiffe. Wir haben unser eigenes Schiff. Wir fahren aus der Innerschweiz. Wir fahren aus der Ferienregion Heidiland. Wir werden abgeholt von den Güssigars. Und wir machen uns ganz, ganz schöne drei Tage. Am 16. bis 18. Dezember an den schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich würde mich auch freuen. Bis bald. Tschüss miteinander. Und dann. Und dann. Und dann.